Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so eine kleine Folge von meiner Videoserie um mein Gold-Tagebuch. Und da waren wir wieder fleißig, wir haben wieder das ein oder andere Gold verdient, hoffe ich zumindest. Wir wollen jetzt nämlich die Chars ein bisschen durchgucken bzw. durchloggen und schauen, was wir mit welchem Beruf so an Gold gemacht haben. Und ich kann gleich vorweg sagen, ich habe nicht sonderlich viel geboostet in letzter Zeit. Eigentlich war ja immer ein großer Teil von meinem Gold abhängig dadurch, dass ich viel Sachen geboostet habe. Im Moment ist der Markt eher so ein bisschen trocken bzw. ich bin mit all the things ziemlich beschäftigt. Aber Beruf habe ich dennoch mit einem zweiten Account relativ aktiv gemacht. Und da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen was anschauen. Und bevor wir da einsteigen, schauen wir mal an, wo wir gerade stehen. Wir sind das letzte Mal gewesen bei overall 10,7 Millionen Gold. Und ihr seht, wir haben jetzt eigentlich jede Woche oder jede zwei Wochen, die wir diese Serie machen, relativ viel zwischendrin ausgegeben. Immer mehrere hundert K. Liegt einfach daran, weil ich mir so nach und nach die letzten Transmog-Sachen aufkaufe. Und ja, auch diese sind leider teuer. Es war nicht so teuer wie die Mounts, die hier mehrere hundert oder mehrere zehn Millionen gekostet haben. Ähm, aber ein paar hunderttausend kostet das Zeug trotzdem. Und dementsprechend müssen wir schauen, dass wir wieder ein bisschen was reinholen. Und ich habe das, äh, dieses, ähm, diese letzten zwei Wochen auch wieder ein bisschen Expulsum geschuffelt. Zwar nicht viel, weil eigentlich wollte ich nichts mehr shuffeln, bevor das Addon rauskommt. Aber ich habe wieder ein bisschen was geschuffelt, weil mir einfach das Expulsum ausgegangen ist. Und da werden wir auch mal reingucken. Ich habe ausgegeben, ähm, 500 K für den Transmog-Teil, für diesen Vorschlaghammer. Vielleicht habt ihr das in meiner anderen Videoserie gesehen, in der Waste of Money-Geschichte. Und dann auch für Kleinkrims-Zeug, was ich jetzt einfach mal so zusammengefasst habe. So um die 150 K. Und nochmal 150 K habe ich, glaube ich, etwa so für Shuffeln ausgegeben. Das habe ich jetzt aber hier nicht rausgerendet, weil das ja auch zu den Betriebskosten dazu zählt. Und dementsprechend bleibt das drin. Genau. Heißt, wir starten jetzt mit einem fiktiven Betrag von 1,1.118.000. Ne, 10.118.000 so rum. Und dann schauen wir mal, was wir am Ende quasi rauskommen. Und ich würde sagen, wir starten mit Main. Mit dem hier habe ich mit Leder und Schmied auf Antonidas ein bisschen Gold gemacht. Wir haben 132 Maze. 189.000 wird jetzt hier schon mal angezeigt. Das können wir jetzt schon mal rausnehmen. Ihr seht, große Sprünge sind jetzt hier nicht dabei. 1,2 K ist wahrscheinlich im Durchschnitt, was wir mit den Items machen. Es sind vielleicht mal ein paar Ausreißer dabei, dass ich mal für 4 K, hier mal was für 6 K verkaufe. Aber das meiste ist ziemlich basic stuff. Das sind alles diese 400 Item Level Items. Und ja, man macht keine großen Sprünge mehr mit. Aber einen soliden Betrag fahre ich damit dennoch ein. Deswegen mache ich es auch sowohl auf Antonidas als auch auf Egwin, auf Blackmore und auf Eredar. Da habe ich ja meine 4 Server und da verkaufe ich alle möglichen Berufs-Items noch, solange die halt ein bisschen was zumindest noch bringen. Jetzt auf Blackmore und auf Eredar, auf diesen beiden Servern, habe ich dementsprechend nochmal ein bisschen Expulsum geschaffelt. Jetzt nicht im großen Stil, nicht tausende von Expulsum, wie ich schon mal vor ein, zwei Monaten hatte, wo ich dann nochmal komplett aufgefüllt habe, die Chars. Sondern halt, ja, weiß ich nicht, 100, 200 Expulsum auf zwei Chars. Also tatsächlich relativ übersichtlich. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen mehr drin. Nochmal 30, 40 K. Mal gucken, auf was wir am Ende insgesamt kommen. Wir sind jetzt, wo haben wir es mit dem Gold? Hier. Ah, ja. Ich dachte mir gerade 600 K. Zu wild. Hier, da haben wir den richtigen Betrag. 235.000. Die 600 K. kommen jetzt hier zustande, weil ich vorhin Gold aus dem Briefkasten genommen hatte für ein Item aus dem Black Market, was ich nicht gewonnen habe. Und zwar wollte ich mir ein T3-Item ersteigern, das um die 400 K. gekostet hat. Wurde ich anscheinend nochmal überboten und, ja, leider habe ich es nicht gekriegt. 600 K. wären gut gewesen. 235 K. sind es. Ist ein okayer Betrag. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter auf meinem zweiten Account. Und zwar mit meinem Char, wo ich hier so ein bisschen Crap auf Antoinidas verkaufe. Auch mit dem haben wir ein paar Auktionen drin. 87 Auktionen haben wir hier, die wir verkauft haben. Und das ist halt alles Mögliche, ne. Von irgendwelchen Rezepten, Pads, irgendwelchen Transmog. Ja, und auch da haben wir ein bisschen was an Gold rausgezogen. 32.000. Was haben wir denn hier verkauft? Irgendein Muster haben wir hier anscheinend verkauft auch. Ja, ihr seht, das sind sehr, sehr viele Kleinbeträge. Hier, das ist nochmal ein Muster. Umarmung des Phönix. Und anscheinend auch ein paar Rezepte dabei. Aber der Char hat ziemlich viel Zeug. Also ich glaube so irgendwas zwischen 500 und 1000 Items habe ich da eigentlich ständig im Auktionshaus. Es waren schon mal wesentlich mehr. Also langsam wird mein Vorrat ein bisschen weniger. Ich glaube vor einem halben Jahr oder so hatte ich im Schnitt so 2.000 bis 3.000, 4.000 Items drin. Also da war es tatsächlich eine Größenordnung, die schon fast ein bisschen lästig war. Einfach, wenn du so viele Items reinstellen musst und du halt im Inventar um die 100 Items ein bisschen mehr. Ich habe ja jetzt auch mit den Twinks ein bisschen aufgerüstet auf die 30 Slot-Taschen davor. Ich teilweise noch kleinere, aber das ist dann irgendwann nicht mehr praktikabel. Und dann ist es tatsächlich schon nervig, wenn du 2000 Items oder mehr einstellst. Weil du musst alles aus dem Briefkast wieder nehmen und wieder alles ins AHA hauen. Klar mit zu add-on wie Tradeskillmaster geht es zwar, weil du ja nicht einzeln die Sachen raussuchen musst. Aber trotzdem ist es ein Zeitinvestment. Und ich bin echt froh, dass ich da einiges abverkauft habe und dass es einfach weniger Items sind. Weil das verschlingt natürlich auch viel Zeit. Bei mir muss ich sagen geht es, weil ich es halt auf einem zweiten Account mache. Also ich bin gleichzeitig auf zwei Accounts on. Einmal hier auf dem Main-Account und auf dem zweiten Account, wo wir jetzt gerade hier meinen Stoff- bzw. Schneider-Char auf Antonidas eingeloggt haben. Und mit dem werde ich jetzt nicht sonderlich viel haben. 28k ist jetzt nicht viel. Aber Schneider und VZ ist leider ein bisschen tot. Und vor allem auf Antonidas geht da leider, leider nicht sonderlich viel. Aber auch das kleine Gold nehmen wir mit. Ein bisschen Expulsum hat der Char noch. Das will ich jetzt noch durchbekommen. Also mein Plan ist es, dass ich vor Shadowlands Release diesen ganzen Mist rausbekomme. Ich habe bei einigen Chars Engpässe mit Expulsum. Das sind vor allem die, die Schmiedekunst und Lederverarbeitung haben, weil da einfach die Items irgendwie besser gehen, warum auch immer. Oder halt vor allem auch die Waffen gehen ganz gut mit Schmiedekunst. Und da geht das Expulsum wesentlich schneller raus. Bei so einem Schneider-VZ-Char habe ich auf den meisten Servern das gleiche Bild, dass ich da das Expulsum langsam wegbekomme. Ich glaube, auf Blackmore habe ich sogar einen Char, der hat VZ und Inji. Und mit dem habe ich nur 400 Expulsum. Und ich glaube, das werde ich nicht mehr los. Da muss ich mir überlegen, was ich damit jetzt noch anfange. Ob ich das Zeug einfach rausdumpe. Und auf der anderen Seite habe ich auch auf Blackmore einen Char mit Schmiede und Leder, wo ich jetzt halt schon zweimal nochmal ein bisschen Expulsum schaffen musste. Und ja, da muss ich mal gucken. Das sind auch da etwa die 150k, die ich da nochmal ausgegeben hatte. Genau. Oder sind es auch 200k? Ich weiß es jetzt nicht genau. Irgendwie sowas um den Dreh rum. So, dann haben wir jetzt hier meinen Inji-Char auf Antonidas. Der hat auch 25k gemacht. Das ist jetzt auch irgendwie nicht sonderlich berauschend tatsächlich. Da haben wir auch schon mal mehr rausgezogen. Dann würde ich sagen, loggen wir mal weiter. Und zwar habe ich jetzt noch einen Char, hier den Hexer. Und mit dem habe ich Inschriftenkunde. Und ich glaube, auch noch Alchemie. Aber mit Alchemie mache ich ehrlich gesagt eigentlich gar nichts. Und hier habe ich tatsächlich das Problem, dass ich gar kein Expulsum mehr habe. Und ich glaube, es sind alle Items abverkauft. Also ich hatte jetzt noch vor einer halben Woche oder so, habe ich nochmal einen Haufen Matts aufgekauft. Und wollte nochmal alle Sachen herstellen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nachdem ich die Hälfte von dem Zeug hergestellt habe, was ich mir vorgenommen hatte, dass ich kein Expulsum mehr habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche bei dem Expulsum, bei noch zwei anderen Chars. Und ja, zu denen bin ich noch gar nicht gekommen, dass ich dann auch nochmal ein bisschen shuffle. Das werde ich jetzt wahrscheinlich die nächste Woche nochmal in Angriff nehmen, dass ich mir auch bei dem ein bisschen was hole. Aber zumindest müssten wir ein bisschen Gold gemacht haben. Weil wie gesagt, es ist wirklich alles weg. Wenn ich jetzt ins Auktionshaus reingucke. Ich habe nichts im Auktionshaus mit dem Char. Also es ist wirklich alles weggegangen. Gut, 75k haben wir hier nochmal. Mit dem verkaufe ich halt größtenteils die Trinkets und die Schildhände von Inschriftenkunde. Und hier, was da ganz gut war, teilweise sind die Kräuter auf unter ein Gold gegangen. Ihr seht, die Compendien sind jetzt hier relativ günstig drin. Ich mache damit aber trotzdem Gewinn, weil die Kräuter halt nur noch ein Zehntel von dem Preis haben, den sie vor ein, zwei Monaten hatten. Also das ist wirklich richtig krass, wie die runtergegangen sind. Diese, ich glaube, Sinashari oder war das die Seite? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das Kraut des Nasjata man farmen kann. Das war ja, also jetzt im Patch 8.3 hat das ja sehr geschwankt. Das war mal eine Weile auf den meisten Servern, zumindest wo ich unterwegs war, bei 20 Gold, hätte ich jetzt mal gesagt. So im Schnitt eine Langeweile. Dann ist irgendwie, ist das mal extrem hochgegangen. Da haben Leute immer mal wieder Resets reingehauen. Dann ist das hoch auf 30, 40, 50 Gold zum Teil. Und jetzt am Ende war es meistens so um die 10 Gold. Und jetzt die letzten ein, zwei Wochen auf einmal richtig eingestürzt. Aber nicht nur auf Antonidas, sondern was ich auch gesehen habe, auf Blackmon, Equin genauso. Dass es teilweise dann bei unter einem Gold war. Also ich habe es letztens, glaube ich, für 70 Silber pro Ding eingekauft. Und wenn du dann halt nur noch ein Zehntel der Mattkosten hast, kannst du natürlich auch die Trinkets wesentlich günstiger verkaufen, ohne dass du jetzt große Einbußen hast. Also da mache ich tatsächlich noch Gewinn. Aber jetzt habe ich halt kein Expulsum mehr. Jetzt muss ich da wieder gucken. Und dann muss ich mal schauen, wie es mit den Stoffen ist, ob da noch genug im Aha ist. Ich bin aber so ein bisschen halt am strugglen. Soll ich jetzt nochmal groß schaffeln oder nicht? Nicht, dass ich dann jetzt nochmal groß nachlege und dann der Pre-Patch kommt. Keiner, wer das Zeug kauft und nicht auf dem ganzen Zeug sitzen bleibt. Das wäre halt so der Worst Case. So, dann haben wir jetzt hier meinen Blackmon-Chart. Das ist auch den, wo ich gesagt habe, wo man noch knappe... Ah ne, wir haben nicht mehr 400, wir haben noch 300. Ach, ich glaube, ich habe nochmal einen Haufen Items nachhergestellt. Deswegen haben wir nur noch 300 Expulsum. Aber auch das werde ich wahrscheinlich nicht mehr mit dem wegkriegen. Weil wir hier nicht so viele Items im Schnitt verkaufen. Wobei, als es geht, ein paar Verkäufe haben wir jetzt hier schon mit drin. Wir können jetzt auch mal kurz reinschauen, was ich an Items im Aha habe. Hier verkaufe ich auch noch ein paar Greens. Aber ihr seht, es sind schon ziemlich viele. Normalerweise stelle ich von jedem Item immer 5 her. Und hier haben wir schon wesentlich mehr drin. Auch Zauberstäbe sind bestimmt 10, 15 Stück drin. Oder 13 Stück haben wir noch Zauberstäben drin. Hier 14 und hier 12. Deswegen ist das auch weniger geworden, weil ich einfach sehr viele von diesen Items hergestellt habe. Genau, dann loggen wir mal weiter. Aber zumindest, was hatten wir jetzt mit dem Char? 48.000 ist okay. Hatten wir schon mal mehr rausgezogen, aber ist okay. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem Stoffchar hier auf Blackmore. Und mit dem hatte ich tatsächlich auch kein Expulsum mehr. Mit dem habe ich ein bisschen was geschuffelt. Heißt, ich denke mal, so wunderlich viel werden wir da leider auch nicht verkauft haben. Was mir gerade einfällt, wir können jetzt eigentlich schon mal hier die Goldbeträge übertragen. Das machen wir jetzt hier schon mal. Und zwar auf dem Main-Account 3.879.000. Schauen wir hier rein. Genau, sind knappe, nee, sogar ein bisschen über 200k, die wir da plus gemacht haben. Wie gesagt, geboostet haben wir nicht sonderlich viel. Ich meine, ich habe eine Geschichte geboostet und habe nochmal Gold auf einem anderen Server angenommen. Wo war denn das? Oder habe ich den auf dem zweiten Account angenommen? Doch, nee. Den kann ich eigentlich mal löschen, sehe ich gerade. Irgendwo, ich hatte auf irgendeinem anderen Server Gold angenommen. Weil ich mir dachte, gut, okay, das ist ein relativ guter Preis gewesen. Da hatte ich nochmal, glaube ich, eine Vision geboostet. Und dachte mir, gut, ich kann auf dem anderen Server bestimmt auch noch irgendeinen Transmark kaufen. So, dann haben wir jetzt meinen Schneider und In-Schriften-Kunditschar. 42k haben wir hier nochmal verdient. Und mit dem haben wir auch leider nur noch zwei Expulsum. Also ihr seht, hier sind wir auch ziemlich ausgetrocknet mit Expulsum. Und ich habe mir überlegt, ob ich jetzt vielleicht die nächste Woche nochmal auf allen Shars gucke, dass ich so um die 200 Expulsum habe, dass ich nochmal so eine einmalige letzte Shuffle-Welle quasi beginne. Weil ich denke mal, so einen knappen, also so, ja, etwa einen Monat haben wir jetzt noch, ne? Bis zum Add-on-Release. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, zumindest so meine Überlegung, der jetzt nochmal vor Shadowlands schon mal reinschaut. Sich vielleicht überlegt, okay, Shadowlands will ich spielen. Ich bereite mich jetzt schon mal ein bisschen vor und der sich dann vielleicht diese 400 Items kauft, ne? Und diesen Markt will ich noch so abfischen, da noch ein bisschen das eine oder andere Gold mitnehmen. Und ich denke mal, spätestens mit Release werden diese Items nicht mehr weggehen. Und wenn ich jetzt zu viele Expulsum schaffe, dann werde ich halt das Problem haben, dass ich drauf hocken bleibe und dann habe ich halt das Gold für den Stoff bzw. die Zeit auch, das muss man auch immer berücksichtigen, für das Zeug ausgegeben. Und da bin ich halt ein bisschen am überlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das macht, ob ihr jetzt sagt, okay, ich schaffe jetzt lieber nichts mehr oder ob ihr jetzt nochmal ein bisschen in den Markt geht. Was ich aber echt sagen muss, was ich beobachtet habe, ich werde kaum, also ich werde nicht mehr so schnell überboten. Und vor allem bei manchen Items werde ich gar nicht mehr überboten. Ich habe es teilweise, ich stelle ja nur einmal am Tag ein, dass ich an einem Abend, sagen wir mal am Montagabend, stelle ich mein Zeug ein und gehe dann am Dienstagabend, meistens habe ich für 24 Stunden drin, dann gehe ich halt ein bisschen früher, als es ausläuft, rein und mache einen Cancel-Scan. Und teilweise bei der Hälfte der Items wurde ich nicht überboten über den kompletten oder fast den kompletten 24-Stunden-Zeitraum. Und das hat es vor zwei, drei Monaten nicht gegeben. Da war ich nach einer halben Stunde eigentlich bei fast einem unterboten. Also da merkst du schon, dass wesentlich weniger Leute in dem Markt sind. So, dann haben wir jetzt auf Blackmore meinen Schmied und Leder-Char. Und hier haben wir echt, das ist echt mau, knappe 120k. Die letzten zwei Wochen waren da wesentlich mehr drin. Da haben wir, glaube ich, knappe 300k oder so rausgezogen. Das ist fast ein bisschen wenig. Aber gut, Gold ist Gold, ne? Mein Hauptziel ist es eigentlich, dass ich die Kosten habe, die ich für Transmog raushaue in dem Zeitraum, dass ich die decke. Das ist eigentlich im Moment so die Devise, die ich fahre. Ich muss jetzt nicht mehr große Mengen machen, so um die 10 Millionen habe ich noch. Das reicht mir für, dass ich gechillt nach Shadowlands reinkomme. Und dass ich so die Transmog-Kosten so gerade decken kann, ist gut. Wenn wir ein bisschen Plus machen, ist schön, aber muss ich jetzt nicht unbedingt, ne? Wenn ich jetzt noch krass Gold machen wollen würde, dann würde ich hergehen und sagen, hey, komm, ich farme jetzt hier noch irgendwelche bestimmten Spots ab oder ich versuche jetzt noch möglichst viel zu boosten, ne? Aber auch, ja, lieber verwende ich die Zeit, um ein bisschen Sachen zu farmen, die ich jetzt selber noch haben will und nutze die Zeit vor Shadowlands für so Collector-Zeug. Deswegen bin ich ja auch gerade mit All Das Things ziemlich am Gange. Und wer da Interesse hat, da habe ich eine andere Videoserie, wo ich da immer so ein Collection-Update mache und da halt einfach so ein bisschen immer zeige, okay, was habe ich die letzte Zeit erfahrt und auch so ein bisschen drüber rede, was so Sachen sind, die ätzend sind oder vielleicht auch so ein paar Tipps geben kann für andere Leute, die das halt auch farmen, ne? Die dann im selben Kosmos unterwegs sind, weil, ich denke mal, Leute, die jetzt da nicht so drin sind mit ich muss jetzt die und die Quest noch haben oder ich will das und das Item dort und dort noch haben, da hast du dann gar nicht so den Zugang zu. Und viele von den Sachen habe ich halt auch jahrelang gar nicht gemacht und vernachlässigt dementsprechend, weil ich halt auch einfach nur den Fokus auf Achievements, Mounts, Pets, Toys hatte und darauf nicht, ne? Und das macht tatsächlich Fun, ne? Eine Weile hatte ich auch, wo ich ziemlich krass nur Gold gefarmt habe, weil ich da Fun dran hatte, aber jetzt machen wir das eher so ein bisschen nebenbei und ich denke mal, in Shadowlands wird sich wieder das eine oder andere finden, wo man vielleicht auch wieder sehr gute Goldquellen generieren wird. Ich habe das schon ein bisschen so Torgast im Auge. Da kann man ja anscheinend auch mit einer Gruppe rein und ja, vielleicht kann man da Leute durchziehen und da das eine oder andere Gold verdienen. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier ein Zepter für 10.000 verkauft und eine Hose auch für 10.000. Was ist denn verkehrt mit den Leuten, ne? Für ein Item 10k, das halt genau die gleichen Mattkosten wie das andere Item hat. Okay, hier haben wir 91k gemacht mit einem Stoffjar. Gar nicht schlecht. Hier, ich sage ja seit längerem, Equin ist im Moment einer meiner guten Server. Das war eine Zeit lang eher so, aber im Moment, ne? Hier, zwei Hosen oder ein Zepter und eine Hose für beides 10k ist nicht schlecht. Auf jeden Fall. Hier auf Equin habe ich gesehen, ist auch sehr, sehr viel Transmog-Zeug drin, was ich brauchen kann, aber da reden wir teilweise von Sachen, wo es halt bei 700k losgeht und bei Goldcap aufhört, ne? Das sind halt leider Items, die nicht mehr im Spiel sind, die man irgendwann mal farmen konnte, die nicht seengebunden waren und die es halt seit dem Cutter-Revamp nicht mehr im Spiel gibt und die sind halt sehr selten und dementsprechend sehr, sehr teuer. Also, an solchen Sachen bin ich zwar auch dran, aber, also, x Millionen für ein so ein Item will ich halt auch nicht ausgeben. Auch wenn wir jetzt hier auf Equin doch ganz gut was an Gold machen, ne? mit den Verkäufen, aber, ja, da müsste man noch einen ganz anderen Geldbeutel beieinander haben, dass man da richtig shoppen gehen kann. Genau. So, dann müssten wir jetzt als nächstes mal einen Schmiede- und Lederchar haben auf, ähm, Equin. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir da auch so große Verkäufe haben, ob wir da auch ein 1, 2 Items für 10k rausgehauen haben. Ah, ich, ich denke, wenn das, wenn das jetzt genauso gut läuft, dann müsste ich eigentlich meine Kosten gedeckt haben. Also, der Vorschlaghammer, ne? Den ich mir gekauft hatte für eine halbe Million. Das war bis jetzt, glaube ich, das teuerste Transmog. Also, was ich, das teuerste, was ich für ein Transmog-Item gezahlt habe bis jetzt. Uh, doch. 247.000. Das ist mehr als Blackmore und auch ein Ticken mehr als auf Antonidas tatsächlich. Und auf Antonidas mit Main bin ich ab und an mal öfter am Reposten, ne? Das war jetzt auch nicht mehr so, ähm, so oft wie es am Anfang war. Ich weiß noch, ganz am Anfang, wo ich hier, wo die Bieterkriege waren. Da habe ich mit Main teilweise jede halbe, dreiviertel Stunde habe ich gerepostet, ne? Das Zeug. Teilweise nach 10 Minuten war ich bei allem unterboten. Aber da waren die, da war der Markt auch noch anders. Da waren die Gewinnspannen auch noch anders. Da hast du ja im Schnitt mit jedem Item 5, 6k Gold Gewinn gemacht. Das ist ja jetzt leider nicht mehr, nicht mehr der Fall. Da hat sich das rentiert, so oft zu reposten. Und, was dazu kommt, Blizzard hat ja diesen, ähm, also dem, im Ahan ein paar Sachen geändert, vor allem was Reposten angeht, dass du nicht mehr so viele Serverabfragen starten kannst. Und, weiß ich nicht, wenn du 50 Sachen, äh, cancelst, einen Cancel-Scan durchdraust, 50 Sachen cancelst, das wird so langsam, du kannst eigentlich auch gar nicht mehr reposten. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, eigentlich ist es, also ich war erst ziemlich dagegen, muss ich, muss ich gestehen, aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil du merkst halt, dass, also du kannst zwar selber nicht mehr so oft, ähm, einen Cancel-Scan machen und dann die Sachen neu posten, aber natürlich, die anderen Leute machen das auch kaum mehr und dann, was ich vorhin schon angesprochen habe, du wirst halt echt kaum noch unterboten. Ich denke mal, es ist natürlich jetzt ein Mix, ne? Es ist am Ende von der Expansion, viele Leute sind vielleicht schon aus den Märkten rausgegangen und gesagt, okay, da investiere jetzt nichts mehr rein, nicht, dass ich auf dem Zeug hocken bleibe, das mag der eine Punkt sein, aber ich denke mal, der andere Punkt hat auch mit dieser Auktionshausänderung zu tun und ich frage mich, wie das sein wird, wenn der Shadowlands rauskommt, wenn alles wieder heiß ist, alle Leute wieder ihr Zeug ins AHA hauen wollen beziehungsweise auch viele Leute das Zeug kaufen wollen, ob die Leute dann die Sachen reposten oder ob sie einfach so viel herstellen und immer, wenn sie unterboten werden, wieder was Neues einstellen, weil das unterliegt anscheinend nicht so einer langen Wartezeit wie das Canceln von Sachen. Also da bin ich mal gespannt, das wird vielleicht auch meine Strategie sein, dass ich dann hergehe und halt immer nur zwei, drei Items reinhau und wenn ich dann unterboten werde, dass ich dann wieder ein neues poste so könnte man es halt auch machen, dann spart man sich halt diese lange Wartezeit, um es raus zu canceln, das Item. Ja, dann haben wir jetzt als nächstes einmal den Inschriften und Ingi-Char hier. Uh, uh, mit dem haben wir viel verkauft, 100k? Nicht schlecht. Da man eine Waffe für 12.000 verkauft, ne? Crazy. Auch hier, seht ihr, die Compendien sind extrem günstig geworden, ne? Also, 1.000 Gold vor ein paar Wochen hätte ich dann noch richtig miese gemacht, aber, ähm, da die Kräuter auch hier so günstig sind, mache ich damit tatsächlich plus. Und deswegen habe ich jetzt auch noch einiges Zeug hier rumliegen. Jetzt ist halt die Geschichte, ob ich das jetzt noch durchbringe, bevor Shadowlands rauskommt, hm, ist fraglich, das sind halt, wie sind denn das noch? Schauen wir mal. 1.000 und, ähm, verarbeitet haben wir nochmal 1.300, also 2.300 von den Tinten haben wir noch, hm, können vielleicht eng werden. Ich weiß gar nicht, ob ich noch so viel Expulsum auf dem Char habe, wahrscheinlich muss ich da auch nochmal was schaffeln. Aber ich denke mal, ich werde mich jetzt die nächsten zwei Wochen hinhocken und nochmal mit allen Chars, also zumindest mit allen, wo ich jetzt wenig Expulsum oder keine Expulsum habe, nochmal schaffeln. Sagen wir mal so 200, vielleicht 300, würde ich jetzt vielleicht nochmal machen für den letzten Monat für Shadowlands. Ich denke mal, das kann schon weggehen. Also bei dem Char mit, ähm, ja, mit Schneider und, ähm, Inschriften, ja gut, Inschriften könnte schon, aber mit Schneider und, sagen wir jetzt, VZ, was ich ja viele Chars habe mit der Kombi, ich glaube, da würde ich es nicht machen. Da würde ich jetzt, wenn ich vielleicht noch, ähm, unter, unter 100 habe, dann, auch dann nicht. Ich glaube, ich glaube, wenn ich gar nichts mehr hätte, dann würde ich so vielleicht nochmal auf 100 auffüllen, aber den anderen Chars schon auf 300, sowas um den Drehrum, da kann sich schon rentieren. Und vor allem, ich schätze jetzt mal, der Pre-Patch kommt jetzt, äh, also in zwei Wochen, spätestens, eineinhalb, je nachdem, wann ihr das Video seht, ähm, heißt, ich schätze, dass der Pre-Patch am 30. kommen wird, aber kann auch sein, dass es eine Woche früher oder später ist, ne, und dann werden wir ja gucken, was mit dem, mit dem Crafting-System so passiert, da haben wir ja schon das eine oder andere die letzte Zeit gehört. Und ja, da gibt es ja diese Relikte der Vergangenheit, da können wir gespannt sein, ob wir da schon vor dem Add-On-Start damit ein bisschen Gold machen können. Es gibt ja einige Leute, die ich kenne, die jetzt alte Muts sammeln, wer das jetzt nicht weiß, was diese Relikte der Vergangenheit sind, dann kann man alte Items, also jetzt auch Classic Items oder Burning Crusade, egal von welchen Expansion, kann man damit upgraden. Heißt, man braucht ein paar alte Muts, stellt dieses Item her und das ist halt wie ein Token, da kann man halt das Item-Level von jedem alten Item quasi hochgraden. Und das Schöne an der Sache ist, du bastest die halt eigentlich auf dem Stand, wie jetzt BFA ist, ne. Das kann halt sein, dass manche Items dann richtig krass sind, weil es gibt da anscheinend Items, die haben halt irgendwie drauf, dass man 10% mehr Feuer, Magic, Damage macht oder so, heißt ein Item, ne. Und das kann halt sehr, sehr stark sein, für manche Klassen. Oder ein Haufen mehr Tempo hat oder so, die halt irgendwelche so Special-Effekte drauf haben, die halt eigentlich, weil die Items halt Low-Level sind, halt nix bringen, aber wenn man die halt auf ein krasses Item-Level hochbastelt, dass das ziemlich stark sein kann. Und da sind halt viele dran am spekulieren, dass man vielleicht solche Items dann sehr, sehr gut verkaufen kann, wenn man sie hochbasteln kann und beziehungsweise diese Upgrade-Items halt auch einen Haufen wert sind. und ich habe mir sagen lassen, dass dann teilweise die Matt-Preise von irgendwelchen Classic-Stoffen sich verzehnfacht haben in den letzten Tagen und dass da Leute richtig Massen an Sachen am Horten sind. Ich habe es mir auch überlegt, muss ich ehrlich sagen, habe mir dann aber gedacht, ne, komm, das kann auch wieder so eine Spekulationsblase sein. Ich bin ja da schon mal blöderweise auf die Schnauze geflogen. Ich habe es, glaube ich, schon mal das ein oder andere Mal erwähnt mit dem Geburtstagsevent, wo ich mir dachte, komm, da horte ich jetzt ein bisschen Thorium und ja, aber ein paar tausend Gold habe ich verloren oder 10.000, 20.000 Gold. Das war jetzt nicht das Riesending. Ich dachte, ich kann einen Haufen Gold machen und habe dann eher was verloren, aber so ist es, ne. Man trifft manchmal viele Entscheidungen. So, dann haben wir jetzt hier meine Schmiede und Lederchar auf Ereda. Die hat jetzt auch 156k. Das liegt jetzt im Mittelfeld. Ich glaube, auf Blackmore hat man weniger, auf den anderen beiden Server hat man mehr. Ist okay, ja. Aber auch auf Ereda, ne. Die Server habe ich ja jetzt noch nicht so lang. Sind wir mittlerweile auf dem Weg zu den zweiten Millionen. Ich habe ja immer mal wieder auch hier Transmog gekauft oder so. Also zwischendrin auch wieder Ausgaben gehabt. Aber es geht stetig nach oben, ne. Equin und Ereda habe ich ja etwa zur gleichen Zeit meine Chars mit Berufen bestückt. Die Chars hatte ich ja davor schon gelevelt, aber erst seit einer Weile habe ich quasi hier angefangen, auch die Berufe ausgiebig zu nutzen mit den ganzen Charakteren. Und ich glaube, ich werde das System so ähnlich weiter betreiben in Shadowlands. Es kommt natürlich stark da drauf an, wie die Berufe dann sind. Ich habe mir die jetzt auf dem PTR tatsächlich noch nicht so im Detail angeguckt, aber ich denke mal, eigentlich sind Berufe immer so ausgelegt, dass du auch mit ein bisschen Gold verdienen kannst, ne, wenn du willst. Ich denke mal, das werde ich dann in Shadowlands so weitermachen, weil vor allem jetzt in der Zeit, wo ich jetzt nichts mehr booste, habe ich halt sehr gut gesehen, dass einfach dadurch, dass ich auf dem zweiten Account so ein bisschen die Sachen immer wieder herstellen und zur Haar haue, dass ich allein damit schon mal einen ganz ordentlichen Betrag an Gold machen kann und eigentlich gar nicht so viel boosten muss. Weil Boosten ist eine schöne Sache, ne. Du verdienst in einer relativ kurzen Zeit relativ viel Gold, aber du musst halt auch immer sehen, du musst immer ziemlich aktiv deine Zeit rein investieren und bei diesen, bei den Berufen ist es halt eher so ein bisschen passiv, weil ich das halt auf einem zweiten Account machen kann, ne. Und dann mache ich nebenbei irgendwas anderes und lasse es halt nebenbei so durchlaufen, lasse halt TSM seinen Scan durchhauen und wenn der durch ist, klicke ich halt mal ein bisschen das Einstellen und log weiter und das ist eigentlich ganz entspannt und die letzten Monate, ne, einem bis zwei Millionen kamen eigentlich jedes Mal durch. Ja, was haben wir? Die letzte, das letzte Mal hatten wir 1,7 Millionen, 1,4, 1,8 Millionen waren es die letzte Zeit dann 1,7, 2,1, also das geht eigentlich, ein bis zwei Millionen haben wir jetzt eigentlich immer gemacht, also eine knappe Million pro Woche, wenn man es runterrechnet, ist es eigentlich drin damit. Gut, es sind viele Chars, ne, habt ihr ja gesehen, hat es lange gedauert, jetzt sind wir beim letzten angelangt, hier mit Inji und Inschriftenkunde und da haben wir jetzt auch nochmal 30k, nicht der große Sprung, aber das sumiert sich halt alles zusammen. Dann würde ich sagen, tragen wir noch die insgesamten Ergebnisse ein und schauen, was wir diese Woche am Plus gemacht haben. Ich glaube, dass es nicht so viel war wie die letzten Wochen, einfach weil ich bei einigen Chars kein Expulsum mehr hatte, ihr habt gesehen, war dem einen Hexer auf Antoninus am Anfang, der hatte tatsächlich gar nichts mehr an Expulsum und dementsprechend, ja, dementsprechend war da halt das Problem, dass man gar nichts mehr verkaufen konnte und ich habe auch wieder Expulsum geschaffelt, ne, das muss man auch mit einbeziehen. Gut, dann schauen wir mal rein. wir sind jetzt, hier hatten wir da 3,8 Millionen beim Main, 7,3 Millionen bei den Twink-Accounts, sind wir jetzt insgesamt bei 11,292 Millionen und damit haben wir ein Plus gemacht von 1,1 Millionen, was sehr wenig ist tatsächlich, aber wie gesagt, wir haben auch 100, 200k, 300k, ich weiß es nicht, ausgegeben für für ein paar Matts, ne, gut, also 150 bis 200k waren es für Expulsum und ich habe mir auch viele andere Matts gekauft, ne, das hatte ich jetzt vorher nicht erwähnt, ähm, genau, also, dass ich da wieder Sachen herstellen konnte, also, von dem her, ist in Ordnung, kein großer Sprung, aber zumindest sind wir jetzt wieder einen Ticken hoch und selbst dafür, dass wir immer sehr viel an Transmog gekauft haben die letzte Zeit, sind wir eigentlich stetig wieder nach oben gekommen mit dem Gold. Gut, jetzt sind wir am Ende angelangt von dem kleinen Gold-Tagebuch, mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns in zwei Wochen wieder, schauen wir rein, vielleicht haben wir da den Pre-Patch schon und vielleicht kann ich euch da schon enorme Mengen an Gold zeigen, die ich verdient habe mit dem neuen Berufesystem, schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle und ja, dann sehen wir uns dann wieder, euer Tila, bis dann, äh, ciao!